Yo, is this person fucking retarded? Yes! Yo, is this person fucking retarded? Yes! Und wir haben 25 Jahre aus Darmstadt. Er hat einen besonders langen Hals. Er ist ne Giraffe. Und jetzt beidhändig! Das ist ja ne Giraffe! Ja, das auf jeden Fall, also alleine den Spiegel feiere ich halt wirklich extrem. Der hat auf jeden Fall was, den finde ich auf jeden Fall mega cool. Muss ich auf jeden Fall sagen. Der ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ist auf jeden Fall relativ cool. Es ist auf jeden Fall mega nice. Gut gemachtes Poster auf jeden Fall. Hoch Sachen. Auf jeden Fall hat er sich da was einfallen lassen. Dann holt das auf jeden Fall über den Link unten in der... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh... Warte! Toller Tickroll. Ist das ein 3000K-Modell? Was für ein Haufen Schrott. Ich würde dir ein Stück Kuchen anbieten. Aber... Ich hab Hunger! Ja! Und dieser Dope-Roboter hat den Kuchen zerstört! Ich will bestürzen über das Kuchen und... Das hier soll eine Party sein! Extrem bestürzen! Was? Verstehst du? Solltest du... Was?